Japanisch kochen in 60 Sekunden. Los geht's! Ihr braucht etwas Spitzkohl. Der wird in feinen Streifen zerhackt. So oder noch feiner. Gekochter Reis in die Schützel, obendrauf mit dem Spitzkohl. Dann Schnitzel, gekochtes, gebratenes Fleisch, gebratener Tofu, was ihr wollt. Jetzt zur Soße. 1 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Wasser, 2 Esslöffel Sojasoße. Mix aus 1 Esslöffel trockenem Weißwein und Honig. Bei mittlerer Hitze mischen. Die wird immer dickflüssiger. Wenn man einen Weg freimacht und der sich nicht schließt, ist die Teriyaki-Soße fertig. Rauf mit der Soße. Dann etwas Sesam. Fertig ist die Teriyaki-Bowl. Teriyaki-Dung. Japanisch kochen ist ziemlich einfach, oder?